eine herzliche willkommen zu einem etwas anderen video was vielleicht nicht so ein schönes thema hat aber es geht um das spiel assassin suite unity ich habe es noch genau durch den kopf gehen lassen und habe festgestellt dass es mir nicht mehr so viel spaß macht weil man ja nur ja man bringt man um dann geht die recherche weiter sagt immer bringt den nächsten um und so geht es dann die ganze zeit weiter bis das nicht mehr geht also bis es komplett durchgeht deswegen habe ich jetzt überlegt ich möchte nicht weit dass ich nicht weiterspielen möchte wenn es mir keinen spaß macht dann kommt halt die und lust richtig hoch und das ist halt nicht so schön finde ich jetzt nur klein vorab wenn sie im hintergrund sogar klicken gehört das heißt ich nehme mein kraft auf weiß nicht anders geht aber noch zu thema wie gesagt ich werde das let's play beenden ist auf meiner homepage und auf meiner auf beiden playlisten ist es so drin dass da beendend hinten drauf steht und ja wie gesagt es tut mir leid aber ich will niemanden dazu zwingen was anzuschauen wo ich dran keinen spaß habe macht halt wie gesagt ich habe den kunden erklärt und bringt meinen um dann sucht man nach dem anderen und ja so geht es eine ganze zeit weiter die folgen werden noch kommen bis es kommen noch mal zwei folgen müssten noch kommen das sind die letzten folgen genau am 9 2 geht es dann weiter mit videos genau das kann es kommt mein kraft ticket natürlich fach 3 und 4 ls 15 und call of duty events und soweit ist auch gta 5 das wird leider erst ab märz erscheinen weil ja hat sie gehört dass es verschoben wurde und deswegen dauert bis märz bis wir die erste folge aufnehmen können okay das war es eigentlich schon und ja ich möchte nicht lange länger aufhalten und wir sehen uns beim nächsten mal wieder ich hoffe ihr seid sich böse aber wie gesagt ich möchte kein video mit unlust aufnehmen mit dem sage ich jetzt tschüss bis zum nächsten mal haut rein lasst es knacken